Nehmen wir was. Jupp, ich hab noch genug davon. Meine Kollegen nehmen mich auf die Ghetto-Natter. Andi! Die Ghetto-Natter! Moin! Da ist sie! Da ist sie! Micha, im anderen Raum ist einer. Oh scheiße! Der hat sich gerade eingeloggt. Der ist tot. Der sei Tag. Alles gut ist tot. Monster-Kill Oh! Oh, wo bin ich denn gesprungt? Ach, du Scheiße. Oh, na toll, jetzt habe ich hier einen Waffenbuck gehabt, nice. Ich habe dich erst mal ausgezogen. Ja, ich bin hier mitten, keine Ahnung, mitten und weiter. Soll ich, werde ich den Kollegen mal ausziehen? Ach, AK-74 ist das, was ich habe, nice. Aber ich bin gleich vor Kamishobo. Na, das ist doch geil. Ich renne durch. Musste ich ja eigentlich schaffen, ne? Ja, eigentlich, wie gesagt, ich habe deine Klamotten hier ausgezogen. Das kann durchaus möglich sein, nur den haben sie selber schuld. So, m4 habe ich auch. Ja, ich weiß nicht, von wem der m4 war. Irgendwann hatte ich sie mitgenommen. Der Kollege hat jetzt halt Pech hier, ne? Mhm. Wer ist das denn hier? Wenn sich keiner meldet, abknallen. Da war noch einer. Oh. Ich hoffe, das sind die Jungs vom letzten. Vom Event. Down. So. So. Monster chill. Kill. 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 Kill.